servus herzlich willkommen zu episode 23 thema wird sein hilfsmittel in der selbstverteidigung und ich sehe das wird wieder so ein tricky ding ein ganz schmaler grad weil ich erkenne dass es extrem attraktiv ist kompetenz auszulagern hin zu equipment das sehen wir im kraftsport da wird von jedem youtuber zu dem thema entweder ein eigenes supplement entwickelt also ein nahrungsergänzungsmittel oder es gibt einen sponsor oder schon den fünften sponsor der karriere gleichzeitig wenn man wirklich erfolgreiche bodybuilder oder wettkampfathleten befragt dann sagen die dass supplemente so vielleicht fünf maximal überhaupt fünf prozent in ihrem erfolg ausgemacht haben also komisches missverhältnis und auch so in der selbstverteidigungskampfkunst szene sieht man selten leute einfach nur über das thema reden ohne dass sie nicht selber gerade eins bewerben mit affiliate link oder eins herstellen beispiel ich habe mal vom nick heinen video gesehen da hat er glaube ich über einen handschuh irgendwas gemacht oder so oder eine stichhemmende weste natürlich ist dann ein händler im hintergrund oder marek von padmam sports der bietet kubutane an macht ja auch sinn der kommt aus so einem kali silat kampf kunstzeug der kann darüber was sagen macht dann auch sinn dass es verkauft ist keine kritik ist nur da gibt es einen wirtschaftlichen zusammenhang zu einem sachlichen und da kann man immer ein bisschen kritisch werden deswegen von mir allererstes statement hier von instagram 2 das ist kein bezahltes video es gibt natürlich leute weil ich habe das auf der insta story das thema angekündigt die dann geschrieben haben ja stell vielleicht doch mal das vorne könnte man was machen und so das klappt hier nicht mit dem kanal ich habe jetzt nicht die riesen follower zahl also ich würde wahrscheinlich davon auch gar nicht wirtschaftlich profitieren aber ich möchte natürlich und so hat es sich bis jetzt auch gezeigt dass rumgesprochen wird dass das hier ein sehr sachlich orientiertes ding ist und leidenschaft monetäre interessen da eher im hintergrund gehalten werden deswegen hier nicht bezahltes video es gibt keinen hersteller der das irgendwie promotet was ich aus diesem thema so ein bisschen raushalten möchte ist so das thema waffen schusswaffen also waffen die projektile verschießen und hier für die allermeisten die diesen kanal folgen also keine berufswaffenträger sowieso schwerst illegal sind gucken wir in die usa das sicherlich eine andere dimension weil es natürlich den zweiten verfassungszusatz gibt also second amendment das recht auf den ja gesetzestreuen bürgern dass er sich selber waffen halten darf um sich zu erwehren gegen die hoheit des staates und das macht natürlich da sinn würde man jetzt die leute da in den usa entwaffnen die legale waffenträger in den staaten sind wo das erlaubt ist dann würde man effektiv für die bad guys eine vorteilslage schaffen weil da hat natürlich jeder arsch und seine geige eine schusswaffe jetzt nur die guten zu entwaffnen wäre dumm weil die bösen die kümmern sich um sowas nicht ich sag's aber direkt das ist die usa das ist nicht deutschland und man kann das nicht so eins zu eins übertragen auch wenn das einzelne lobbyisten gerne mal machen trotzdem hier gibt es sowas wie sportschützen hier gibt es leute die aus leidenschaft waffensammler sind und so und hier ist das zweite von zwei statements das ist kein politisches ding also ich will hier weder was zu waffenlobby sagen noch zu parteigehörigkeit und wie die sich orientieren diese dimension gibt es weswegen ich jetzt hier auch in den definitionen von denen ja tipps den ich gebe nicht dem recht entsprechen möchte meine eigenen kategorien gefasst habe und ich bitte das absolut zu berücksichtigen dass das hier weder für oder pro waffenlobby ist oder in irgendeiner form ein politisches statement verfolgt der erste bereich zu dem ich gerne was sagen würde den würde ich so waffen und e nennen dabei meine ich mit waffen nicht die rechtliche definition sondern etwas loser gefasst gegenstände deren einzige verwendung das schädigen oder vernichten von lebenden ist e ist davon noch so eine sonderklasse nämlich so elektro impulsgeräte sei das jetzt ein gerät das ein projektil verschießt das seinerseits ladung überträgt oder ein stock oder ein gerät das ihr durch kontakt eben einsetzen könnt und damit elektropulse übersetzt zu all diesen sachen waffen waffen ähnlichen gegenständen würde ich per se sagen nein um es ganz deutlich zu machen damit könnt ihr nicht eure zähne putzen damit könnt ihr kein apfel schälen ich würde euch davon abraten warum ich habe vier argumentationsstrukturen dafür vorbereitet und die erste ist eine offensichtliche nämlich die rechtliche die meisten von euch zumindest die nicht berufswaffenträger die sind jetzt hier natürlich außen vor ihr müsst das gewaltmonopol mit euren einsatzmittel durchsetzen die müssen sich über so themen wie besitzerlaubnis und führungserlaubnis mal informieren heißt die meisten dieser gegenstände dürft ihr möglicherweise nicht besitzen also keine tatsächliche sachherrschaft darüber ausüben tatsächlich sachherrschaft habt ihr in dem moment wo ihr in irgendeiner form darauf zugreift unabhängig davon ob euch das gehört oder nicht führen bedeutet ihr stellt es außerhalb befriedeten besitztes in der öffentlichkeit vor auch das nicht zu wörtlich nehmen das tut ihr auch wenn ihr es verdeckt tragt zum beispiel unter eurer jacke oder ob jetzt offen tragt also dass es jeder sehen kann in jedem fall wird diese rechtliche dimension nämlich dafür sorgen dass sie einen lifestyle verschieben müsst das heißt allein aus verantwortungsgründen könnt ihr dieses gerät nicht mit in euer normales leben integrieren ihr dürft zum beispiel kein alkohol trinken ihr solltet nicht in jeden club reingehen ihr könnt nicht ohne weiteres ein flugzeug borden und so weiter und so fort jede polizeikontrolle ist dann tricky ich rate davon ab denn in der kaskade der strategischen vorbereitung kommt das ganz zum schluss das beschaffen von waffen gehört zur strategie denn ihr ordnet hier eure ressourcen ihr nehmt ja wortwörtlich eine neue dazu und dem muss erstmal gefahrenanalyse eine individuelle anpassung an das problem erfolgen bevor ihr dann irgendwann an waffen denkt und waffen die nichts anderes können als einen von menschen schädigen sind da wahrscheinlich so der overkill das zweite ist die gefahr die von diesen gegenständen ausgeht wie gesagt die genuine aufbauweise davon verspricht ja das schädigen von menschen und natürlich kann das auch gegen euch passieren oder gegen einen den ihr liebt da können fehlfunktionen eine rolle spielen und so weiter und so fort viel öfter werden durch solche gegenstände geliebte personen familienmitglieder verletzt oder man haut sich selber irgendwie das trommel fällt uns nur raus das bringt es wirklich nicht das zweite sind so zwei er gedanken experimente das eine ich habe das schon mal im video zum thema töten lernen gesagt da habe ich nämlich gesagt dass ihr damit euren schlimmsten tag noch schlimmer machen können make new worst case even was ein leben zu nehmen das braucht ganz besondere kompetenzen würdet ihr jetzt zum beispiel euch militärisch für eine eignung sagen wir als scharfschützer oder sowas bewerben dann müsst ihr ein eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen ihr macht eine gezielte vorbereitung auf eure ersten operationen ihr werdet sehr sorgfältig gedibrief und später auch noch mal abgeholt wenn ihr das gemacht habt würdet ihr im eignungsfeststellungsverfahren sagen dass ihr euch dafür interessiert euch darauf vorzubereiten ein menschenleben zu nehmen weil ihr ein diffuses angstgefühl habt dann geht ihr da so schnell wieder raus wie reingekommen seid dann schafft ihr es einfach nicht dann werdet ihr abgelehnt und so ist das auch wenn ihr ja eine waffe benutzt und dann sagt ja im schlimmsten fall bringe ich halt jemanden um ihr fallt in ein loch aus dem ihr allein nicht mehr rauskommt das ist vorarbeiten auf versagen ich bin natürlich dagegen die zweite geschichte ist noch ein wesentlich abstrakteres gedankenspiel nämlich ist es ja in den combatives kreisen immer so dass man sagt wir versuchen uns die sachen möglichst leicht zu machen wir nehmen zum beispiel noch ein three point cover anstatt fünf sechs abwehren und so weiter aber dann soll man differenzieren ob man diese waffe immer einsetzt oder nur in fällen in denen das besonders gefährlich ist und das ist das ist ein irrtum in bezug auf nervosität gibt es gradienten ihr könnt mal mehr mal weniger nervös sein aber ohne adrenal stress response über die ich geredet habe ein video zum thema angst kontrollieren die gibt es nur als on und off das heißt wenn ihr mal wirklich angst habt dann setzt ihr das ding ein ob das jetzt eine große große angst ist oder eine ja wenige bedrohungslage die aber dasselbe biologische angstgefühlen euch weckt das ist so ein on off switch und dann differenziert ihr nicht mehr mit anderen worten diese binsenweisheit das ist nur für den notfall geeignet dir geht zum fenster aus pauschal könnt ihr euch sagen ihr setzt es sowieso ein ob das jetzt jemand ist der euch verprügelt der euch drei vier schläge zum kopf gibt oder jemand der auf euch losgebende messer das ist für euer empfinden gleich gefährlich und ihr werdet dann eher zu dieser waffe zu diesem gefährlichen gegenstand greifen mit all den problemen die es da mitkommt also zu dem thema waffen einsatz plus e ich rate davon kategorisch ab zum zweck der selbstverteidigung der zweite bereich sind die sogenannten wirkungs verstärker bei den meisten davon geht es letztlich um das erhöhen von druck also indem man zum beispiel eine fläche verringert und dann die kraft einfach über weniger fläche wirkt erhöht das den druck wie man das jetzt einsetzt als druck werkzeug zum beispiel für so nerven druck geschichten oder schlag werkzeug das ist euch überlassen für die die das so als druck werkzeug nehmen ich habe da schon im video über kontrolle was gesagt das ist immer so ein ganz diffiziles ding für ein sehr dynamisches problem ich werde das jetzt hier nicht verschwerpunkt aber ich bin dagegen denkt man nicht an druck punkte und kuvutan zum einsetzen von so reizen facet das ist es nicht für die von euch die anschlagen denken okay das ist schon besser per se bin ich nicht gegen diese kategorie aber das verstärkt wirklich nur eure schläge das bedeutet dass ihr überhaupt trefft oder das ja verhindert getroffen zu werden dafür braucht ihr auch kompetenzen ihr könnt das einfach mal in einem rollenspiel ausprobieren hier gibt es in kubutan vielleicht auch nur ein trainer meiner person die etwas kleiner ist hashtag täter opfer theorie ich habe es letztes mal schon erklärt also es geht ja darum gegen ein möglicherweise stärkes gegenüber so ein equalizer einzusetzen dann werdet ihr merken dass es nicht auf diese einzelnen schläge ankommt obwohl wenn ihr es physikalisch macht und mal die oberfläche von so einer faust vergleicht mit der kleinen oberfläche von so einem kubutan dann müsstet ihr hier eine effektivitätssteigerung von was 200.000 prozent haben oder sowas aber das ist es eben nicht und in der selbstverteidigung spielt dazu nahkampf immer noch eine eher kleine rolle es ist nach wie vor das erkennen von gefahren um sie zu vermeiden das entschärfen von gefahren um zu deeskalieren und dem entkommen ausgefahren um sicher nach hause zu gelangen davon ist nahkampf eine kleine portion und das härtere treffen durch so eine wirkungsverstärker ein noch kleinerer punkt also geht so der zweite und immer oft bemühte ja problemfaktor ist die zugänglichkeit und das illustriert das was ich eben schon gesagt hat in bezug auf waffen und e es gibt seminare die den zugang zur waffe in den vordergrund stellen aber setzt so ein bisschen falsch an ja es ist schwierig das ding rauszubekommen aber ich sag's ja vorhin schon an waffen sind eine form der strategischen vorbereitung und wenn ihr jetzt dieses problem der strategischen vorbereitung hier beim zugriff auf die waffe versucht zu erleichtern aber alles andere also die gefahrenanalyse das wirklich bekannt machen von flucht wegen aus diesen gefahrensituationen und so weiter und so fort vernachlässigt nur um dann die zugang zur waffe zu erleichtern dann setzt hier wirklich am falschen hebel an ich würde stattdessen eben gucken dass ihr euch strategisch gut vorbereitet und zum beispiel wenn ihr eine frau seid die in der bank arbeitet unbeleuchtet über den parkplatz nachts nach dienstschluss laufen müsst dann wäre es natürlich klar dass ihr wenn ihr euch so ein verstärker zulegt die hand bereits dran legt wenn ihr da rumlauft anstatt dass ihr dann im geeifer des gefächs heraus müsst also das schnelle ziehen von solchen dingen spannend spannend aber wirklich nicht der richtige punkt um da anzufangen also zusammenfassend zu den wirkungsverstärkern sicherlich hat man sowas ob das jetzt ein kubotan ist ob das jetzt ein tactical pen ist ob das irgendwie ein fetter edding ist ist etwas mehr als nichts aber innerhalb des problem selbstverteidigung innerhalb des nachkampfes nur ein stärkerer schlag die anderen kompetenzen die bleiben immer noch genauso wichtig wie sie vorher waren ja der letzte bereich sind so die indirekten einsatzmittel so habe ich die genannt und damit meine ich all das was euch so um das geschehen drumherum das management leichter macht bedeutet es tastet jetzt eure primären kompetenzen in der handhabung von gewalt nur indirekt an verschiebt euren lifestyle nicht sieht nicht zu dass ihr leute direkt damit umbringt oder sowas sondern erleichtert euch das einfach im nachhinein beispiel ist zum beispiel medic edc everyday carry bedeutet ihr wisst und habt dabei verbandsmaterial wenn ihr mega taktisch drauf seid vielleicht ein törnick am bein oder sowas alle möglichen sachen ein beatmungstuch damit ihr jetzt gerade in corona zeit nicht irgendwie durch gute samariter tätigkeiten euch die pest anhechelt all solche sachen bis zum kondom also sprich indirekte einsatzmittel den rest machen müsst ihr natürlich auch noch es ist das thema notfall bevor ratung und jetzt ich mache mal ganz kleinen exkurs weil wir haben jetzt gerade corona und die ersten selbstverteidigungslehrer posten auch schon was dazu virus infektion keine verschwörungstheorie gibt nicht mehr antibiotika dagegen ist keine bakterielle geschichte letztlich tröpfchen infektion bedeutet ein zwei meter abstand halten hände waschen niesen in den ellbogen oder bestenfalls auf dem boden wascht euch die hände regelmäßig so dann ist das safe die leute die daran sterben das sind geriatrische leute also eine alte person und es sind leute mit schweren grund erkrankungen ja da ist das gefährlich für die fieber geht er zum doktor das klappt schon leute jetzt müsste da nicht notfall bevorraten oder extra ein edc dafür tragen und wenn ihr euch so einen mundschutz packt hier diese chirurgischen dinge die schützen euch nicht die idee von so mundschutz ist dass ihr dann weniger anderen schadet also jetzt nicht durchdrehen hierbei ich sehe schon beim nächsten te seminar da müssen wir mal so cbrn machen und der ögd wird mitgenommen in jedem prozess ich will jetzt nicht auch noch hier corona selbstverteidigung geben also bitte nicht durchdrehen ich meine für euch dass nachts selbstverständlich irgendwo in eurem haus ein handy an einem ladekabel liegt damit ihr im notfall da jemanden sofort anrufen könnt es ist damit gemeint dass ihr einen gurtschneider auch zum einschlagen des fensters eventuell neben der fahrer position und der beifahrer position im auto habt und solltet ihr das jetzt wirklich auf selbstverteidigung zu münzen ist zum beispiel ein sinnvolles taktisches licht ein gutes indirektes einsatzmittel damit meine ich jetzt nicht das big fucking meg light dass ihr mit zwei händen bedienen müsst womit ihr zäune einreißen und schädel einschlagen könnt sondern ein kompaktes licht das in die faust passt wo ihr hinten mit dem daumen drauf drückt im notfall gedrückt lasst damit es einen stroboskop effekt gibt einfach weil ihr dafür extrem viele anwendungsmöglichkeiten habt das heißt damit könnt ihr indirekt leuchten gegen wände und boden um mehr zu sehen ihr könnt natürlich damit auf euch aufmerksam machen und im notfall könnt ihr damit einen angreifer natürlich blenden in der mittleren oder der nahen distanz und solltet sich um wie gesagt taktisches einsatz licht halten dann könnt ihr damit auch zuschlagen habt ihr vorne so ein dna grabber dran ich habe es am anfang schon gesagt kein bezahltes video ich werde jetzt keine lichtmittel herstellen verlinken darum soll es nicht gehen das gibt es online guckt euch da einfach mal um bestellt sowas auch da gibt es rückgaberecht und so weiter einfach nur wie das für euch einsetzbar ist da bin ich ein fan von ich habe glaube ich an jedem rucksack so ein licht aber nicht durchdrehen die anderen sachen sind natürlich mindestens genauso wichtig also verschiebt nicht euren lifestyle glaubt daran dass kompetenz das ding ist womit ihr gefahr besiegt und wenn es irgendwas ist was ihr immer mitschleppt dann bestenfalls und indirektes einsatzmittel ja leute zusammengefasst möchte ich euch sagen von den ganzen waffen und e bleibt da bitte weg ihr werdet damit euren lifestyle verschieben euch vorbereiten auf versagen schlimme sachen machen müssen und das auch früher machen als ihr es vielleicht müsstet zum thema wirkungsverstärker wenn dann impact geschichten auch hier darauf achten nicht mit allem kommt die überall hin und ist naja löst so ein ganz kleines problem innerhalb der nachkampfhandlung die ihrerseits nur ein klein teil der selbstverteidigungsvorbereitung ist also hier nicht super durch eskalieren und millionen ausgeben wenn dann vielleicht richtung indirekte einsatzmittel operieren hier wäre meine empfehlung ein taktisches licht unter umständen eins das impact unterstützt stroboskop funktion hat und der rest einfach sehen dass ihr akut am leben teilnehmend und wesentlich vorher und wesentlich später ansetzt als nur in der selbstverteidigungshandlung ansonsten war es das von mir zu diesem thema ja hilfsmittel keine produkte empfehlung ich muss euch enttäuschen ich werde auch an dieser stelle mal keine seminare einblenden stattdessen würde ich euch bitten dieses video zu teilen wie sau warum nicht weil ich narzisst bin das sicherlich auch aber ich lebe hier von euren fragen ich kann mir die aus dem arsch ziehen würde euch nur halb so glücklich machen und ich bin darauf angewiesen dass leute fragen und auch fragen kommen die ich vor ja lauter bäumen aus dem wald nicht sehen kann also teilt das dann kriegen das mehr mit und es wird eine community wir kriegen ein gutes fragenportfolio und kommen dahin wo die fitnessindustrie schon immer ist dass es keine offenen theoretischen fragen mehr gibt so dass die kurse alle praktisch stattfinden können und ja scharlatan und so weiter leichter auf fliegen also lasst uns daran arbeiten ich bedanke mich in diesem sinne für eure aufmerksamkeit dank fürs teilen dank fürs liken und bis zum nächsten mal